hallo ich bin der vogel philipp es ist wieder frühling und das vogelkonzert hat begonnen und für alle die hier nicht wissen wer zwitschert und trommelt biete ich wieder mit dem bund naturschutz die vogelstimmen hotline an hier kann man mir ganz einfach über whatsapp sprachnachricht eine vogelstimme aufnehmen und an mich schicken ich höre mir dann jede aufnahme an und schreibt zurück welcher vogel da sinkt dazu gibt es ein paar infos über einen link viel spaß dabei